Ah, von dem Arme, ich tu mir doch die kompletten Füße weh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich musste mich mal wirklich hinsetzen und einen Tee trinken, meine Damen und Herren, aber einen wunderschönen guten Tag und willkommen heute wieder zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Zukunft, ja, wir sind ja heute wieder zurück in Minecraft Zukunft, ich trage hier immer noch meine wundervolle Brille, meine Damen und Herren, die sieht so cool aus, ja, heute, meine Damen und Herren, habe ich richtig viele spezielle Sachen vor und ihr seht schon, ich habe irgendwie unten ein Herz mehr bekommen, ich habe keine Ahnung, warum das Ganze so ist, aber dem werden wir dem Ganzen nochmal heute ein bisschen auf den Grund gehen, so, ich habe hier so ein paar Sachen zu zeigen, liebe Leute, was sich jetzt hier so ein bisschen verändert hat, was die Dana und ich hier nämlich ein bisschen aufgebaut haben und zwar haben wir hier so ein bisschen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das nennen soll, so komische Leaves oder sowas von der Decke hängen lassen und sowas oder vom Dach hängen lassen, damit das Ganze halt so ein bisschen bewachsener aussieht, Leute, weil wir sind jetzt schon ein bisschen länger hier und damit das Ganze halt ein bisschen cooler aussieht, haben wir uns das halt einfach so aufs Dach gelegt und das sieht halt mega, mega cool aus, ja, und das Ganze sieht halt auch noch so aus, dass wir hier vorne, guckt euch das mal an, wie mega cool das aussieht, das ist irgendwie so, äh, so zum Übergang ist das hier so, wisst ihr, wie ich meine, das sieht halt auch mega, mega cool aus, das ist so ein bisschen, um die Brücke zu verschönern, die Dana hat auch, damit ihr Dach so verschönert, liebe Dana, das sieht auch richtig, richtig cool aus und halt hier ihre Mühle, ne, das Ganze ist ganz, ganz cool eigentlich, also mir persönlich gefällt das Ganze halt richtig gut, das hat so irgendwie so ein bisschen Flair, ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine, so ungefähr, das hat so ein bisschen, so ein Touch, hat das so ein bisschen, äh, Naturtouch hat, das gefällt mir, äh, jedenfalls richtig, richtig gut, so, aber, darum soll es heute nicht gehen, liebe Leute, ich habe heute ein paar Sachen nämlich mit euch vor, unter anderem wollte ich mit euch heute über ein ganz, ganz bestimmtes Thema sprechen, nämlich sieht das Ganze so aus, dass mich jetzt wieder Leute vermehrt in den Kommentaren gefragt haben, so, mh, Lars, wie sieht's denn aus eigentlich mit deinem ganzen Merch und sowas, warum, wieso, weshalb, wann kommt der denn jetzt, Lars, und, äh, sonstiges, liebe Leute, ihr fragt euch jetzt gerade bestimmt, wo ich hingehe, ich habe nämlich vorgehabt, dort hinten ist nämlich so eine klitzekleine Stadt an so einer Oasis, oder an, Oasis, ist an, einer Oase, was, war das jetzt richtig, ich kann kein Deutsch mehr, Leute, äh, ein Schrubididabidi, ja, jedenfalls, ähm, sieht das Ganze so aus, dass die Designs und sowas schon längst fertig sind, und wenn ich's nicht vergesse, Leute, dann blende ich euch jetzt mal das Design ein, einmal ganz kurz, einmal jetzt, zack, eingeblendet, okay, ich hoffe mal, ihr habt's euch gemerkt, Leute, ihr könnt's euch abscreenshotten, und könnt es dann auch im Instagram oder sonstiges hochladen, und mich dann da drauf markieren, wenn ihr schnell genug wart, und es euch kurz mal, äh, kurzerhand mal abgescreenshottet habt, so, okay, ihr habt's gerade irgendwie gelaggt, ähm, hallo, liebes Dorf, ich könnt hier mal ein bisschen was gebrauchen, ja, also, wie gesagt, Leute, das Design ist jetzt bald fertig, und die Autogrammkarten sollten jetzt auch hier demnächst kommen, und dann können wir halt eventuell das ganze Design jetzt mal rausklöppeln, aber ich werde euch da auf jeden Fall noch mal auf dem Laufenden halten, und sonstiges, aber in der Zeit könnt ihr euch ja noch mal bei meinem Shop ein bisschen umschauen, so, was haben wir hier Wundervolles drinne, Granaten, irgendeinen Helm, irgendwas anderes, oh, nein, ich bin dumm, oh, oh, ich bin ein bisschen dumm, ich hab, glaube ich, meine Taschen nicht leer gemacht, oh, bitte, Lassa, sag, dass, sag bitte, dass du die Taschen leer gemacht hast, ah, ah, jawohl, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, da hab ich schon mal die Taschen leer gemacht, Leute, also, so unvorbereitet bin ich dann wohl doch nicht, ne, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, ich bin zwar ein Megadussel, aber ich hab's dann doch hinbekommen, die Taschen, äh, äh, hier komplett vorzubereiten, so, ähm, hier ist ein Bett drinne, sehr, sehr interessant, aber, okay, können wir hier mal so ein bisschen, äh, oha, Life Ward, was bringt das Ding, macht das irgendwas Cooles, warte mal, können wir, ähm, was ist das hier, ein Branch, äh, ein Magic Broom, aber so, den haben wir doch, glaube ich, schon, Light Arrows und Hylianschild, Light Arrows brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht, ach, guck mal, Alter, Alter, oha, oh mein Gott, das ist interessant, interessant, wenn ich das in der Leiste habe und dann da draufgehe, krieg ich Herzen, oder? Ja, tatsächlich, Alter, das ist ja richtig cool, vielleicht erklärt doch das, das, warum ich hier die ganze Zeit Herzen bekommen habe, weil ich nämlich in der Nähe von diesem Live-Dingsbums da war, Alter, das ist sau cool, jetzt hab ich einfach vier Herzleisten voll, Mann, oh Mann, oh Mann, ich seh ja schon fast gar nichts mehr, weil das so voll ist, müssen wir mal gucken, so, ähm, Ansonsten haben wir jetzt hier nochmal Elecanium, bla bla bla, noch andere in Krimskrams, ja, Boots und sonstiges, können wir natürlich sehr, sehr gerne mitnehmen, das Schwert lassen wir hier, weil wir haben natürlich viel, viel stärkere Schwerte, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Aber, ähm, ich wollte jetzt nochmal eigentlich ein anderes Thema besprechen, liebe Leute, nämlich das ganze Thema mit dem neuen Projekt, was da jetzt bald anstehen sollte eigentlich, oh, guck mal, ich hab sogar noch die große gelbe Tasche dabei, Ah, das auch noch nicht, ah, gut, alles supidupi, super gut vorbereitet, muss ich sagen, ähm, wie gesagt, so die neue, äh, die neue, äh, das neue Projekt sollte jetzt ja auch demnächst bald erscheinen, Leute, ähm, haltet auf jeden Fall eure Abo-Box im Auge, und weil wir jetzt gerade beim Thema Abo-Box sind, Leute, ich kann ja als YouTuber sehen, wer meine Videos guckt, ne, wer bis zum Anfang, bis zum Ende, wer das sich anschaut, und warum hab ich jetzt aus Versehen einfach diese Waffe in die Hand genommen, wer halt das, äh, Video bis zum Anfang, bis zum Ende schaut und sonstiges, das kann ich ja alles sehen, das ist ja kein Geheimnis, ne? Und, ähm, das Ganze sieht halt so aus, dass ich mal geschaut hab, so wie viel Prozent eigentlich meine Videos schauen, die Abonnenten sind und wie viel Prozent Nicht-Abonnenten sind, und da ist mir aufgefallen, dass 65 Prozent von meinen ganzen Zuschauern Nicht-Abonnenten sind, und an die Leute möchte ich mal kurz appellieren, Leute, geht doch mal auf den Abonnieren-Knopf und aktiviert euch mal die Glocke, ja, an alle da draußen, und aktiviert doch mal die Glocke, das ist gar kein großes Thema, vielleicht, äh, äh, können wir dann halt mal ein bisschen, wir können dann Freunde sein, ja, das ist cool, wenn ihr die Glocke aktiviert, dann sind wir auf jeden Fall Freunde, und ich glaub, das war's ja schon mit dem ganzen Dorf, ähm, ja, ich glaub, das war's, aber Leute, noch mal kurz zum Thema, äh, 65 Prozent, wie krass ist das denn, also wirklich 65 Prozent von allen Leuten, die meine Videos gucken, sind Nicht-Abonnenten, das ist doch voll krass, das hab ich halt hier das letzte Mal geguckt, so aus Interesse, denk ich, ja, guck's mal ein bisschen vorbei, und es ist einfach 65 Prozent Nicht-Abonnenten, und dann die Leute, vielleicht habt ihr ja Bock da drauf, wenn ihr sowieso die ganze Zeit vorbeischaut, könnt ihr auch gerne mal ein Abo abschließen, das ist komplett kostenlos, und ihr könnt dann auch, ähm, ja, äh, die Glocke aktivieren, genau, so war das nämlich, guck mal, da oben ist noch mal was, und da unten ist auch noch mal so eine Hütte, so ein Hüttendorf-Gedöns-Zeugs, und da wollte ich mit euch auch noch mal gleich hingehen, ist auch nicht so weit weg, das Ganze ist ein bisschen cool, dass wir zu Anfang ein bisschen erkunden können, ein bisschen brabbeln können, aber ich hab nämlich noch vorgehabt, ein paar andere Sachen hier zu erledigen, meine Damen und Herren, oh, guck mal, da ist sogar auch noch mal, da ist auch noch mal so eine coole Hütte, da können wir jetzt auch noch mal kurz hingehen, ähm, genau, wie gesagt, das sind halt so ein paar Themen, mit denen ich heute mit euch besprechen wollte, dass einfach 65 Prozent der, äh, Zuschauer einfach, äh, Nicht-Abonnenten sind, und das ist einfach voll krass, ihr müsst euch mal überlegen, mehr als die Hälfte, die die Videos schauen, haben mich gar nicht abonniert, Leute, das ist, das ist doch voll krass, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das jetzt nur für mich so ist, oder ob ihr das genauso seht, keine Ahnung, aber okay, so, was ich aber auch noch sagen wollte, war, dass mir aufgefallen, dass das in letzter Zeit wirklich, wirklich viele, viele, oder viel, viel mehr Leute, äh, sich Mühe geben, äh, hier mal einen Daumen nach oben da zu lassen, oder mal ein nettes Kommentar zu schreiben, oder sonstiges, das ist mir wirklich in der letzten Zeit ein bisschen, äh, vermehrt aufgefallen, dass da mehr Leute jetzt sich sagen, so, guck mal, der Lars, der macht tolle Videos, und, äh, dem gebe ich einfach mal immer einen Daumen nach oben, und an die Leute möchte ich sagen, vielen herzlichen Dank an alle da draußen, die mir immer schön fleißig einen Daumen nach oben geben, immer ein nettes Kommentar schreiben, hier ist eine Hütte, ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt hier die Seite kaputt gemacht habe, aber okay, äh, das Ganze sollte halt anscheinend so sein, hier ist halt irgendwie eine Hütte, keine Ahnung, ob hier jemand drinnen wohnt, ist mir jetzt auch eigentlich relativ egal, ähm, ich würde mir mal gerne diese, ja, dieses, dieses Dorf da unten angucken, was das auch sein soll, das sieht sehr, sehr interessant aus, das Ganze, da können wir jetzt eigentlich mal, so, kann man das kaputt machen damit, nee, kann man leider nicht, schade, schade, Schokolade, so, hallo Leute, ich bin hier wieder im Dorf, was geht, was geht, was geht, können wir mal hier so, piu, Tschüssikowski, nach da oben, weiß ich jetzt nicht, ob wir nach da oben klettern sollten, äh, ah, nee, machen wir heute nicht, das könnt ihr mir demnächst noch mal in die Kommentare schreiben, Leute, falls ich das vergessen sollte oder sowas, könnt ihr mir mal gerne sagen, Lars, kletter auf die fliegende Insel, damit ich da ein bisschen mehr Bescheid weiß, so, also, hier haben wir noch mal ein paar Türen, da können wir hier mal so nach oben klettern, was ist hier oben so wundervolles drin, eine Kiste, ein paar Betten, anscheinend wohnen hier noch Leute drin, weil hier brennt nämlich noch die Fakalawi, Leute, die Fakalawi brennt hier nämlich noch ein bisschen, und, äh, interessant, hier haben wir ein Slime-Helmet, können wir die mal anziehen, guck mal, gib mal her hier das Ding, guck mal, wow, ich sehe aus wie so ein, lol, Alter, es sieht aus, als wäre ich so mit Popel beschmiert oder sowas, wenn ihr versteht, es sieht auch aus, als hätte ich so Popel, äh, auf mir drauf, keine Ahnung, ein Phönix-Green-Card, ein Wintergift, dann noch ein paar so, äh, paar, äh, coole, äh, Dingsbums hier, Zepter oder, ja genau, es ist ein Zepter und, äh, ansonsten jetzt nicht wirklich viel, die Rüstung lasse ich, glaube ich, ein bisschen an, die Popel-Rüstung, die ist eigentlich recht, recht cool, Leute, ansonsten können wir noch mal ein bisschen hier weiterschauen, das Ganze, guck mal, hier sieht es aus, als wäre, ach, guck mal, das Dorf hier, äh, hat anscheinend gebrannt, oder ist es kaputt gegangen, oder? Ist es ein Haus, ist das komplette Haus jetzt so fertig? Ich weiß es nicht, lass mal kurz da reingehen, schauen, ähm, so, hier, äh, ja, ich glaube, das, ja, ich glaube, das ist kaputt gebrannt hier oder sowas, keine Ahnung, kann natürlich sagen, Boah, Alter, was ist das denn? In complete measure stuff und nochmal ein Pup-Zepter, das ist immer ganz cool, so ein Pup-Zepter, nochmal einen leckeren Tee, paar Gold-Coins, oha, die sind sauselten Gold-Coins, ein Sauer-Pop, äh, keine Ahnung, ob wir jetzt brauchen, Kokiri-Boots, Wintergift ist auch nochmal ganz interessant, das brauchen wir jetzt nicht, die Seashell-Markies, aber das hier nehmen wir mal mit, ich würde mal gerne gucken, was das Ding so kann, äh, nichts, wow, okay, ist halt auch ein Incompleted, äh, das erklärt schon einiges, ist, oh, äh, können wir mal nach hier oben so, guck mal, können wir so hier hinjumpen und dann hier so ein bisschen Jump'n'Run machen, also hier oben, das Dorf scheint anscheinend ein bisschen kaputt zu sein, anscheinend war hier irgendwie, ist hier irgendwas Schlimmes passiert oder sowas, keine Ahnung, aber ich will jetzt aber auch keine Vermutungen hier, äh, in den Raum werfen, die dann halt auch gar nicht stimmen, hier unten, äh, sieht's aus, als wäre da so, ja, egal, da gehen wir jetzt auch nicht runter, Leute, das ist mir ein bisschen zu vagehalsig, in den Brunnen da unten zu klettern, hier ist anscheinend die Dorfkirche, nehme ich mal an, mit dem schwebenden Buch des Pfarrers, aber, äh, lassen wir davon uns jetzt nicht mal ein bisschen ablenken, denn wir sind ja auf der Suche nach ein bisschen Krimskrams, was wir eventuell mitnehmen können, ne, äh, nach hier oben geht's anscheinend, oh, guck mal, da ist sogar schon direkt eine Chest mit einem, wer sind sie, T-Shirt, die Leute, die hier wohnen, haben halt einfach Geschmack, ja, die Leute haben einfach Geschmack, die wissen, was gut aussieht und ich gucke gerade irgendwie mit meinem Popel-Dings hier, guck mal, so, so ist auch viel besser, ne, ähm, die wissen halt auch wirklich, was hier gute Qualität ist, ne, aber das, wer sind sie, oh, Ninja Dagger, oh, 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 das Ding ist cool, das Ding ist cool, das kenne ich nämlich noch von Minecraft, äh, Schurabidi-Dabidi, hier haben wir noch einen Keramik-Jar, ansonsten jetzt nicht wirklich, was wir benötigen, aber komm, das, wer sind sie, T-Shirt nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit, Leute, denn, damit wir wissen, wer sie sind, wer wir sind, warum wir sind, weshalb, warum, weshalb, wieso, weshalb, äh, äh, ja, egal, ähm, Perfektomatico, also damit haben wir dann, glaube ich, auch schon hier jedes Haus durchsucht, warte mal, wir können doch theoretischerweise uns jetzt einfach mal so, äh, theoretisch so, aah, oh mein Gott, aua, das tat weh, warum habe ich das gerade getan, hier ist anscheinend ein Galgen, oh, okay, anscheinend sind die jetzt doch nicht hier so, äh, sehr, äh, wohlgesonnen, ach, guck mal, das ist ja witzig, guck mal, wenn ich jetzt hier, hä, aber was passt, ach so, oder, ne, oder, doch, tatsächlich, wenn man das aufmacht, dann geht da hier Dings, das ist ja voll cool, da geht da einfach so ein Dings auf, wo ein Kaktus drin ist, das ist, das ist schon cool, das muss ich echt sagen, das ist schon eine, äh, ganz lustige Sache an sich, ähm, genau, wir haben jetzt eigentlich so ziemlich alles, was wir hier benötigen, das Ding hier ist richtig cool, vielleicht können wir das eventuell bei mir zu Hause nochmal verzaubern, wir müssen hier zur Zuflucht, damit wir nicht uns, äh, aus Versehen uns falsche Dings teleportieren, ähm, genau, wir haben hier unsere Kisten komplett voll und da gab es auch einige Leute, die gesagt haben, Lars, du bist noch schlimmer als Roman, du sortierst ja nie deine Kisten und sowas, Leute, das können wir hier demnächst mal eventuell machen, bei einem Livestream oder sowas, wäre Bock auf, oh, guck mal, jetzt sehe ich wirklich aus wie ein Slime, oh, warte nochmal, so, guck mal, ich sehe jetzt aus wie so ein laufender Slime, wie so ein laufender Slime, okay, ähm, das können wir halt demnächst mal so in den Livestreams machen oder sonstiges, können wir mal eventuell schauen, so, ähm, äh, was wollte ich jetzt noch machen, genau, ich habe eventuell vorgehabt, der Dana so ein Ship Helmet zu bauen, dann können wir mal hier so gucken, wie das Ding nochmal geht, Ship Helmet, genau, Ships Helmet heißt das Teil, zwar brauchen wir dafür ein Iron Ingot, aber ich glaube, wir haben gar kein Iron Ingot, bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, so, können wir mal hier vorbeischauen, haben wir hier irgendwo ein Iron Ingot drinne, ich glaube, wir haben hier ganz viel, doch, wir haben hier das hier, können wir mal gerade so brutzeln und in der Zeit können wir mal gerade mit der Dana kurz reden, weil die nämlich so ein paar, äh, äh, paar Sachen nochmal mit mir besprechen wollte, Leute, hier in der nächsten Zeit, weil das Ganze halt irgendwie sehr, sehr wichtig ist, was hier so passiert, so, äh, ähm, Dana, hallo Dana, Lars, wann können wir endlich wieder zurück? Oh nein, oh, das, damit habe ich aber irgendwie schon gerechnet, dass sie es sagt, ich halte das nicht mehr länger aus. Dana, ich bin wirklich die ganze Zeit dabei, mich darum zu kümmern, ich versuche wirklich die ganze Zeit irgendwie alles Mögliche herauszufinden, dass wir eventuell wieder, warte mal, ich kann die Rüstung gerade wieder ausziehen, das sieht irgendwie gerade ein bisschen bescheuert aus, ich bin wirklich die ganze Zeit am gucken und machen und tun, dass wir endlich wieder zurück können in unser altes Zuhause und guck mal, was wir hier für, was wir hier schon für krasses Zeug aufgebaut haben, Dana, das ist unglaublich, wie weit wir hier schon sind mit dem, du hast dir ein Schiff hierhin gebaut, du hast, du hast mir geholfen, hier das Haus zu bauen, ich habe dir geholfen, ein Haus zu bauen, das ist einfach voll krass, wie weit wir hier schon sind, ähm, ich halte das nicht mehr länger aus, ja, ich kümmere mich gerade darum, äh, okay, Dana, stairs at you, oh man, es ist wirklich blöd, dass es der Dana nicht gut geht, hier mit dem ganzen Zeugs, ich kann es aber auch wirklich verstehen, aber wisst ihr, Leute, wir mussten wirklich weg, wir mussten wirklich dem Ganzen entfliehen, weil sonst wären wir da, äh, keine Ahnung, da wären sonst noch schlimmere Sachen passiert oder sowas, warte mal, wie ging das Shiphermit jetzt noch, das ist wirklich ein bisschen blöd, dass wir jetzt die ganze Zeit nicht zurückgehen können, Leute, aber wir werden es auf jeden Fall so in der nächsten Zeit, denke ich mal, hinbekommen, dass wir wieder in unser, äh, in unser altes Zuhause zurückkehren können, aber wir müssen irgendwie versuchen, einen Friedenspakt mit dem, äh, Typen zu schließen, mit diesem Bürgermeister, damit der uns nicht wieder einschmeckt, wir müssen ihm irgendwie einen Gefallen tun oder keine Ahnung, was wir da machen müssen, also wir müssen ihm auf jeden Fall irgendwie, äh, wir müssen einen Kompromiss finden, ja, Leute, ihr könnt mal gerne mit in den Kommentaren schreiben, was wir eventuell mit dem Typen besprechen können, vielleicht, ich hab ne Idee, vielleicht, äh, verkleiden wir uns als, äh, Polizist Lancer wieder, ja, und machen es dann einfach so, dass wir mit dem Polizist, äh, mit dem, äh, Bürgermeister reden und dann eventuell herausfinden können, was er denn genau von uns will oder was er denn sich wünscht, äh, äh, was wir, äh, eventuell machen können, damit er uns wieder zurück in die Stadt lässt, wenn ihr versteht, was ich meine, ne, so, Dana, ich hab dir jetzt hier dein Chips-Helmet gemacht, wir können jetzt hier einfach mal assemble Mount Chip, so, und dann können wir jetzt eigentlich theoretischerweise damit ein bisschen fahren, ja, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert, so, aber wir wollen jetzt eigentlich, äh, oh oh, oh nein, oh nein, äh, wie ging das noch mal? oh oh, oh oh, okay, ich weiß nicht mehr, wie das ging, oh nein, jetzt steht hier einfach so ein Schiff, ab, sack dafür ab, wir müssen jetzt hier mal gehen, liebe Dana, dein, äh, dein Schiff fährt jetzt, äh, 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 ja, äh, okay, so, wir gehen jetzt einfach mal, wir verkleiden uns jetzt erstmal wieder als, äh, Polizist Lancer, und wir sagen, wir schauen einfach mal kurz bei den Dings vorbei, Leute, beim, ähm, Dings hier beim, beim Bürgermeister in der Stadt, und, äh, dann gucken wir mal einfach, zack, ab nach Hause, so sind wir geworpt, äh, sind wir gemorpht, so meine ich das natürlich, oh, Mann, ich vermisse meine Haustiere, Carl, Carl und Sammy, oh, ich vermisse euch so sehr, komm mal her, Carl, oh, ein kleines Knuddelchen hier, oh, Sammy, du tust mir so leid, es tut mir wirklich so leid, Sammy, ich würde dich gerne mitnehmen, aber du kannst leider nicht mitkommen, und du auch nicht, Carl, du bist einfach viel zu groß und zu, ja, nein, nein, Carl, du bist nicht zu dick, nein, 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 das, nein, das tut mir leid, das, komm mal her, komm mal her, das wollte ich, das hab ich gar nicht so gemeint, vielleicht können wir euch mal grad so ein bisschen was zu essen geben, damit ihr hier, äh, warte mal, was hab ich so tolles, ich hab hier Schokolade für dich, hier, bitteschön, ein bisschen Schokolade, teilt euch das gut ein, habt ihr das verstanden, oder warte, du kriegst auch was feines, hier, so, du kriegst auch nochmal von mir, äh, hier nochmal ein Stückchen Schokolade, bitteschön, Sammy, äh, äh, und Carl, bitte pass, pass, pass auf, pass auf, Sammy, pass auf, Carl auf, der Carl, du weißt, er ist nicht sehr, nicht sehr gerade der Intelligenteste, naja, oh man, Leute, ich vermisse wirklich hier mein Zuhause, das ist echt, seht ihr das, so seh ich jetzt gerade aus, das ist sehr, sehr traurig, dass ich jetzt leider nicht mehr zurückgehen kann, aber okay, wir werden jetzt auf jeden Fall mal hier zu, Alter, die haben den McDonalds einfach hier gebaut, ich pack's nicht, ihr habt's vielleicht in der letzten Folge gesehen, Leute, die haben hier einfach einen McDonalds in die Stadt gebaut, und guckt euch mal an, wie krass die hier einfach diese Gebäude in der letzten Zeit hochgezogen haben, wenn ihr euch erinnert, wie das hier in der ersten Folge ausgesehen hat, und sowas, das ist so krass, und jetzt, das Schild ist, glaube ich, neu, ne, das Schild haben sie auch neu hier hingebaut, äh, ist mittlerweile der McDonalds hier besucht, nein, ist er nicht, irgendwie hab ich das Gefühl, die Stadt ist so wie ausgestorben, oder sowas, ich weiß nicht, vielleicht kommen erst die ganzen, äh, die ganzen Dings kommen hier vielleicht eventuell ein bisschen später, und ist euch eigentlich aufgefallen, Leute, dass die den, äh, McDonalds genau da hingebaut haben, wo ich mein, äh, Dorfteich Dingens da hingebaut habe, erinnert ihr euch? Wisst ihr, was ich meine, da hab ich nämlich mal so ein Dorfteich hingebaut, und haben die einfach Dings, äh, den McDonalds dann drauf geklöppelt, so, äh, der Verkäufer ist noch da, dann ist hier der Rolf, ist, glaube ich, auch noch da, der gute alte Rolf, ja, Rolf steht da, und da ist der Bürgermeister drin, ne, Leute, wir sind verkleidet als, äh, Officer Lancer, also uns kann jetzt nicht wirklich passieren, äh, uns kann jetzt nicht wirklich viel passieren, wenn wir jetzt zu dem hineingehen, aber ich mach das jetzt einfach mal, klopf, klopf, hallo, Herr Bürgermeister, ich bin es, Professor, Professor sag ich die ganze Zeit, ich bin es natürlich, der Polizist Lancer, meine ich natürlich, ich bin's, äh, äh, Officer Lancer, guten Tag, Herr, äh, Bürgermeister, ich habe nämlich so ein paar Fragen an Sie, Herr Bürgermeister, oh, hallo Lancer, wie schaut's aus? Wird unser Plan aufgehen? Äh, was für ein Plan meint der? Ich weiß jetzt gar nicht, von was für einem Plan der spricht, was soll ich sagen, Leute, was soll ich sagen? Ich sag einfach mal, äh, äh, was meinst du? Willst du mich auf den Arm nehmen? Du weißt schon, unseren Plan, diesen Lars zu finden und zu töten, oh oh, der Typ weiß einfach zu viel, er ist da, er ist, er ist daran schuld, dass dieser Plan fast in die Hose gegangen wäre. Naja, wie dem auch sei, finde ihn und bring ihn zur Strecke und seine Bauernfreundin auch. Oh oh, äh, ja, äh, Herr Bürgermeister, Sir, ich werde das natürlich sofort tun und ich werde mich darum kümmern, Herr Bürgermeister, setzen Sie sich, wollen Sie, wollen Sie einen Tee trinken hier, ich habe hier, trinken Sie, trinken Sie einen Schluck Tee, bitteschön, äh, ich muss jetzt, ich muss jetzt leider, ich muss jetzt leider gehen. Oh oh, oh oh, Leute, das ist ganz und gar nicht gut, das ist wirklich ganz und gar nicht gut, dass der Bürgermeister uns einfach finden will und töten will und dass er sogar die Polizei da drauf äh, 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 gedrosselt hat, dass sie uns finden. Zum Glück können wir uns hier morfen zum, äh, zum Polizist Lenz, ich will die ganze Zeit Professor sagen, ähm, zum Glück konnten wir jetzt ein bisschen mehr herausfinden, das bedeutet also, dass wir jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit erstmal nicht wieder nach Hause gehen können, Leute, das wird auf jeden Fall nochmal eine ziemlich krasse Tortur. Schreibt mal in die Kommentare, was wir dann eventuell machen können, um dass wir wieder vielleicht zurückkommen können oder sowas. Schreibt es mir aber bitte unten in die Kommentare und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder und ich würde mal sagen, haltet die Haut steif, bis zum nächsten Mal, liebe Leute, wow!